Was geht, Red Bull-Fans? Long time no see, I'm Kyle Beach. Hallo Jungs und Salzburg-Eishockey-Fans, hier spricht Matthias Stratnik. Servus Salzburg! Hallo liebe Red Bull Salzburg-Fan, Brent Obey hier. Hallo liebe Fans, KonMari Konstantin hier. Hallo Jungs, da ist der Ladi. Finalspiel, liebe Fans. Ich möchte nur die Zeit für die Jungs wünschen, gute Glück für das nächste Spiel für die Championship. Richtig geile Saison, brutal geile Playoffs. Ich hoffe, dass die Stimmung in der Halle so schön wie immer ist. Es ist nicht jedes Jahr, dass du eine Chance gewinnen. Es ist natürlich ein sehr spezielles Zeit. Ich hoffe, dass ihr euch alle gefällt. Ich hoffe, dass die Fans da sein, die sie unterstützen, wie sie da waren, wenn ich zwei Championship mit dem Team gewinnen wollte. Die zwei Championship waren wahrscheinlich der beste Moment in meiner Karriere. Jungs, ihr habt eine einzigartige Chance, jede Serie zu sweepen. Also auf nichts warten, nächstes Spiel Vollgas geben. Ich wollte euch allen noch viel Glück wünschen. Und ja, es ist lange her, dass ein Meistertitel in Salzburg war. Also unterstützt Jungs lautstark. Ich hoffe, dass die Spieler das genutzt werden. Und ich weiß, dass sie den Job gemacht werden. Bring another Championship back to Salzburg. Heute heißt es nochmal Vollgas geben. Sie komplett reinschmeißen. Wir warten alle schon lange genug, dass wir wieder einen Meistertitel in Salzburg haben. Why not bring it home tonight? Game four. Let's go. Bring it home. Bring it home, boys. Bring it home. Bring it home, boys. Bring it home. Wow. Bis zum nächsten Mal.